Die magischen Worte fallen erst später. Jetzt nehme ich, Simone J. McKinnon wagt etwas. Sie hat nur, glaube ich, zweieinhalb Stunden heute Zeit gehabt. Sie wird jetzt mit Michael Schmalzbauer einen wunderbaren Walzer hinlegen, nehme ich doch fest an. Und langsam werden sich dann alle Eherschaften einkriegen in diesem Walzer. Bitte, möge der Ball beginnen, aber es gelten noch immer nicht die magischen Worte. Bitte. Applaus für eine Frau, die zweieinhalb Stunden heute erst Walzer gelernt hat. Also das ist schon toll. Musik 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 und Musik Musik Einen Riesenapplaus für unser jungen Herren-Damen-Komitee, bitte. Ich glaube, man sollte jetzt sagen, auf, weil sonst warten die ewig. Auf. Und unser jüngster Gast, den wir jemals hier hatten, bei diesem Ball, Madigan, he's very proud about mommy, he doesn't feel anything, he thinks you are a great dancer. Und er wird jetzt die magischen Worte sprechen, meine Damen und Herren. You're going to speak the magical words of every ball. Everybody dance. Everybody dance! Alright, let's go. Alright, let's go. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018